Shalom Aleichem, guten Abend allerseits. Wir sprechen heute ein sehr super spannendes Thema. Dieses Thema heißt Aberglaube und Geld. Jeden Mensch hat große Beziehung zu seinem Geld. Es ist normal, es ist menschlich, es ist legittim. In allen Religionen ohne Ausnahme gibt es keine Probleme mit Geld. Es gibt nur Probleme mit Überreichtum, über Vermögen ohne Ende. Aber Geld ist eine elementare Sache, so wie es steht geschrieben im En-Kemach, in Tora. Also wenn es gibt kein Mehl, wenn es gibt kein Schöre, gibt es nicht die Teure. Also man braucht, um zu leben, braucht man Mittel zu leben. Aber der Mensch ist immer ein psychosomatischer Mensch und seine Psychologie, seine Energie, sein Anreiz ist immer sehr, sehr mit Geld verbunden, mit verschiedenen Sachen. Ich habe eine ganze Liste gemacht mit Aberglaube über Geld. Später werden wir eine seriöse Show auch lernen, richtige Glaube an Geld, nicht nur Aberglaube. Aber ich habe euch zwei Karten gegeben. Eine rote und eine grüne. Ich werde sagen, ein Thema, ein Brauch. Und ihr werdet alle sofort, spontan, heben die Karte. Wenn ihr glaubt, das ist jüdisch, macht die grüne. Grüne bedeutet, wir fahren weiter mit diesem Brauch. Und dieser Brauch ist legitim in unseren Schriften. Steht das geschrieben, es ist in unserer Tradition. Wenn ihr macht rot, rot bedeutet stoppen. Und überlegen, ob diesem Brauch muss man weiter dran glauben. Wichtig zu wissen, ich unterschätze keine Aberglaube. Es steht mir nicht zu über russische, über tschechische, über hungarische, über indonesische und vietnamesische Aberglaube von Geld lachen. Weil wenn ein Mensch glaubt, glaubt er, das ist eine Erziehung. Genauso wie meine Erziehung ist zu essen, Fisch am Freitagabend. Jeder Mensch hat seine Erziehung. Was ich in meiner Schuhe machen will, ist einfach eine Begegnung. Was steht in unseren Schriften und das ist jüdisch. Und was ist so übernommen von den Völkern. Wir leben doch in der Welt. Und die Welt hat auch gebracht sehr viele Sippurien, sehr viele Storys, sehr viele Geschichten. Und wir werden sehen, ob die Sache stimmt oder stimmt nicht. Wir beginnen. Wenn jeden Monat hat zwei Teile, bis 15 und von 15 zurück. Es gibt eine Glaube, dass gute Geschäfte soll man machen beim ersten Teil von dem Monat, wo der Mond zunimmt. Und nicht beim anderen Teil von dem Monat, wo der Mond abnimmt. Meine Frage ist, ist diese Glaube jüdisch oder nicht jüdisch? Also wir haben nur drei Rote und die drei Rote haben recht. Die drei Rote haben recht. Kolakavod, diese Glaube ist nicht jüdisch. Und die Irrtum kommt nicht von Geld, sondern von Hochzeit. Im jüdischen Glaube ist es sehr gut zu heiraten, bis 15, wo der Mond zunimmt. Und es ist nicht gut zu heiraten ab dem 15. Und der beste Tag zu heiraten in den alten Zeiten, bei Nacht, war voller Mond. Nicht umsonst fast alle jüdischen Feiertage. Pesach, Pesach, Sukkot, Purim, Tubishwat, Liebefeiertag, Tubeav, alle sind immer bei vollem Mund, wo es ist. Hell draußen und man sieht die ganze Familie, auch ohne Fluorescent und ohne Lampe. Zweite Frage, es gibt Menschen, wenn sie Geld zählen, müssen die Scheine liegen wie Soldaten. Also nicht eine aufs Gesicht und eine auf dem Ziffer und eine geknickt. Es muss die ganzen Päckle stehen, eine nach dem anderen. Und wenn die Päckle... Weißt du, was ist ein Päckle? Habt ihr schon einen Päckle gehalten mit Geld? Alles, ich werde euch bald spenden. Gut, arme Leute, gut, ich habe eine Buchse, wenn jemand braucht. Wenn jemand hat eine Scheine, meine Frage ist, Scheine zu zählen in die Reihenfolge, es ist jüdisch oder nicht jüdisch? Oh, da sind schon alle, da sind schon alle bei Rot. Wir haben zwei Grüne, drei Grüne. Unglaublich. Früher haben wir ja drei Grüne, die haben Recht gehabt. Und jetzt haben wir drei Grüne, die nicht Recht haben. Aber seht ihr, wie es ist interessant? Es spielt keine Rolle im Judentum, wie sie die Scheine. Ob die sind geknickt, oder gerade, oder... Oh, das ist ein Päckle, man hat sie ihn. Sehr gut. Ein bisschen Tempo, weil wir haben eine interessante Liste. Beim neues Jahr zu kochen, gute Linsensuppe, es bringt am kommenden Jahr viel Geld. Jüdisch oder nicht jüdisch? Oh, alle sind jetzt identisch, Linsensuppe, es hat nichts zu tun im Judentum mit Geld. Sie hat aber doch zu tun nach der Beerdigung. Also wenn jemand ist gestorben und die Familie kommt nach Hause und man will was kochen, man soll etwas Runde machen. Ei, Bagel, Linsen, keine Ahnung, Bebalach, Kischeerbzien. Interessant. Wenn ein Junge ist geboren, einen Schabbat vor seiner Beschneidung verteilt man in die Synagoge Kischeerbzien, Chumus, so kleine Bebalach, weil die Seele ist traurig, das ist von Himmel weg. Okay. Am neues Jahr zu kochen, Möhren, weil Möhren sehen aus wie goldene Münzen. Und das bringt am kommenden Jahr viel Geld. Jüdisch oder nicht jüdisch? Ja, aber nicht aus dem Grund. Aus dem? Nicht aus dem Grund. Kochen, das ist ein Brot. Was? Grüne? Grüne? Stimmt, das ist ein jüdischer Brauch? Ja. In unserem neues Jahr kocht man Karotten, Zimmers, Möhren und der Grund von den Möhren ist eine Glaube, dass eine von den Ideen ist, Scheerbzien, wir haben viel Geld wie Möhren, soll das vermehren wie Geld und deshalb isst man Zimmers, dass die Zimmers, wenn die sind gekocht mit Honig und sie legen auf den Teller, sehen sie aus wie goldene Münzen. Das ist ein jüdisches Brauch, die steht sogar in Shulchan Aruch. Also Möhren zu essen ist ein jüdisches Brauch, eine Glaube, die hilft für Geld. Weiter die nächste. Zu Hause muss man nach der Toilette zudecken, die Zunge, die Klappe von der Toilette. Und wenn die Klappe ist hoch, es bringt in den Stubb das Geld raus. Und wenn die Klappe ist zu, lässt man Offenheit, zu dem Geld reinzukommen. Jüdisch oder nicht jüdisch? Wir haben nur eine Grüne, zwei Grüne, die sind ganz lieb, die wissen nicht, dieser Brauch ist Feng Shui. Jüdisch ist das nicht. Die Feng Shui glauben, dass wenn man zu die ganze Zeit die Klappe macht, es hilft mehr Geld zu Hause. Zu Hause soll man nicht legen auf dem Tisch ein Hut oder eine Tasche. Eine Tasche soll man legen in den richtigen Platz und genauso ein Hut. Und man sagt, die Sache ist eine sehr wichtige Sache, die Tasche soll nicht legen auf dem Tisch, Tisch ist so wie ein Altar. Meine Frage ist, ist diese Brauch Tasche auf dem Tisch oder Hut auf dem Tisch? Ist das jüdisch oder weltlich? Guck mal, wie schön ist diese Shui heute. Wir haben viele, wir haben sehr viel Grün zu legen auf dem Tisch eine Tasche und ein Hut, es ist jüdisch, legt man nicht auf dem Tisch Tasche, nicht wo man isst, nicht Tisch in den Salon. Tisch wo man isst, im Esszimmer, legt man nicht die Tasche auf dem Tisch. Ich hatte die Freude sich. Gut. Weiter. Nicht pfeifen zu Hause. Wenn einer pfeift, wird sein Geld gepfiffen. Pfeifen bringt Unglück. Pfeifen bringt ein Sturm in Mering, Holland. Und wenn man pfeift zu Hause, pfeift sich das Geld draußen vom Fenster. Ist das jüdisch oder nicht jüdisch? Es ist nicht jüdisch. Es gibt ein junger Mann hier in Frankfurt, ihr kennt ihn alle, der heißt Fischleinwohner. Bei ihm zu Hause, seine Mama hat immer gesagt, nicht pfeifen, nicht pfeifen. Er hat gesagt, Mama, warum sollst du nicht pfeifen? Dann sagt sie, die gehen pfeifen. Da ruft man Mäderlach auf die Straße. Das ist purpust. Er sagt, irgendwann kam in die jüdische Gemeinde in die 60er Jahre ein großer Sänger, der heißt Schleinwohner Karliwach. Und er steht auf die Bühne. Er sagt, Mama, gib mal guck. Er pfeift. Sagt sie, es ist keine polnische Jüd. Sie hatten versucht zu reden, dass manche Jäden pfeifen oder manche pfeifen nicht. Der Lubavitscher Rebbe, einmal an Simchat Torah, hat gesagt, wir müssen nicht von der Welt schämen. Wir müssen stolz Jäden sein. Wir müssen auf dem bösen Trieb pfeifen. Und da hat der Rebbe gesagt, es sollen alle pfeifen. Und ich kann mich erinnern, ich war ein junger Bursche und ich konnte nicht pfeifen. Ich habe gesetzt, Stunden, habe ich geübt, 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 bis man pfeift. Weil ich habe gedacht, Mensch, der Rebbe wird sagen zu pfeifen und ich kann nicht pfeifen. Und da habe ich mit allen Fingern versucht zu pfeifen. Also pfeifen ist kein Problem. Es ist nicht so höflich. Es ist nicht so elegant. Aber nicht pfeifen, Geld das Geld. Pfeifen ist nicht jüdisch, das kommt von den Völkern. Es kommt von einem alten, alten Aberglaube, von Matrosen, wirklich in Niederlande. Und sie haben geglaubt, wenn man pfeift auf den Meer, es bringt Sturm weiter. Nicht hängen Brot auf den Türknopf, oder Brot werfen auf den Tisch, das bringt Armut. Jüdisch oder nicht jüdisch? Sehr gut. Fast alle haben verstanden. Das ist jüdisch. Aber es ist auch polnisch. Heute widersprechen wir nicht andere Kulturen. Wir sitzen in einer jüdischen Schiur. Alles, was steht in meinen Büchern als Glaube von Juden, das ist ein grünes Licht, das machen wir weiter. Wir werden nicht zu Hause auf eine Tüte hängen, Brot, oder Brot zu Hause jemanden auf den Tisch werfen. obwohl bei manchen fardischen Juden am Schabbat sie nehmen die Halle und sie reißen die Halle aber sie werfen nicht. Sie geben rüber Lieb. Sie schieben. Sie schieben. Sie schieben es ganz. Okay, weiter. Nächste. Schabbetsausgang oder Sonntag soll man nicht Geld ausgeben. Soll man nicht die Woche beginnen mit Arois, sondern die Woche beginnen mit Arain. Also Schabbetsausgang klopft der wie heißt das? In jedem Haus gibt es so eine Ausmeister. In Israel gibt es so einen Verein in jedem Ausverwalter. Ausverwalter klopft sagt er ich habe nicht bezahlt den letzten Monat die Reinigung jetzt gibt Geld. Soll ich ihm sagen komm am Montag oder soll ich Arois nehmen und geben die 50er. Was denkt ihr beim Schabbetsausgang Geld ausgeben ist nicht gut am Schabbets Geld zu geben ist verboten. Ich rede jetzt Schabbetsausgang. Beginnen die Woche mit Ausgabe. Es ist Jüdisch oder Nicht-Jüdisch. Schabbets Ausgabe. Schabbets Ausgabe kein Problem Geld zu geben. Gott sei Dank man hat noch etwas zu Hause nach Schabbets. Maimonides Schabbetsausgang. Schabbetsausgang. Der erste Kunde kommt morgen früh zum Geschäft Egal in welchem Preis muss man ihn verkaufen. Nicht beginnendem Tag mit einem Kunde der geht weg. Also die nennen das sogar Suftach. Suftach ist einer der beginnendem Tag soll gut laufen. Sagt Maimonides Passt nicht zu unserem intelligenten Volk zu übernehmen aber glaube die glauben andere Völker. Sie dürfen es glauben dass beim Ausgang vom Feiertag soll man nicht Geld ausgeben dass soll man am Morgen früh dem ersten Kunde Egal in welchem Preis verkaufen. Sagt Maimonides sogar psychologisch wenn du morgen früh dem ersten Kunde verkäufst dem Anzug anstatt 200 130 du unterschätzt deine Ware. Du unterschätzt deine Steuere du denkst deine Ware sind 130 wert. Die Hauptsache ist eine gekommen und gelegt Geld auf dem Tisch das ist ein kindisches Verhalten. Wenn einer ist ein Händler der erste wollte nicht der zweite soll kommen ok weiter es gibt Menschen es gibt so eine Glaube wenn kommt nach Hause eine Fägel ein Kuckoo Kuckoo Vogel oder man sieht Spinne auf der Wand oder sogar eine Spinne auf dem Anzug manche glauben es bringt sehr viel Glück zum Geld meine Frage ist Tiere Kuckoo Vogel Spinne Jüdisch Jüdisch oder Nicht-Jüdisch Nicht-Jüdisch Ist egal du kannst kaufen zwei Küken soll den ganzen Tag machen Kuckoo und bestellen alle Spinne das ist nicht-Jüdisch Wenn jemand macht eine Hauseinweihung und man will soll in diesem Stub soll nicht fehlen Geld dann bringt man drei Sachen zu einem neuen Haus eine Münze gebunden mit einem Stück Salz gebunden mit einem Stück Brot Jüdisch oder Nicht-Jüdisch Sehr gut Sehr jüdisch Also soll in diesem Stub soll nicht fehlen Brot soll in diesem Stub soll nicht fehlen Salz und soll in diesem Stub soll nicht fehlen auch Münzen Letzte Aberglaube oder Glaube Eine baut ein Haus und er macht Fundament Betongießen Manche gehen zu diesem Betongießen und schmeißen ein paar Münzen rein Habt ihr schon gehört? Jüdisch oder Nicht-Jüdisch? Nicht-Jüdisch Das soll man nicht machen Oh das wollte ich hören Das war sehr sehr gute Sache Es war hier in Frankfurt eine Beerdigung von Ayd aus Rumänien Zu dieser Beerdigung sind gekommen auch seine Freunde von anderen Kulturen und wenn der Sack war drinnen haben sie raus genommen Münzen von der Tasche und begonnen zu werfen im Grab und Rabbiner Klein hat sich so aufgeregt Bei Bei Jeden warft man nicht Geld Bei Jeden warft man nicht Geld Bei uns warft man nicht Geld Er war so wirklich außer sich Und sie haben gesagt sollen wir das jetzt sammeln Sagt Nein die Arbeiter sollen sammeln Die sollen sammeln sollen sie das jetzt paar Koppkes haben Geld warfen Wer warft Geld Und da will ich auch eine kleine Bemerkung sagen Ich weiß nicht ob ich das recht zu sagen aber wenn es mir etwas auf dem Herzen liegt und manche Leute hören mich auch in die ganze Welt und vielleicht einer ist überzeugt dann lohnt sich Es gibt am 1. Januar ein sehr komischer Brauch 31 wo man macht Feuerwerk Feuerwerk man zündet Sachen die gehen eine Minute in Luft man klaut Menschen zwei Stunden vom Schlafen weil es beginnt um 11 und beendet um 1 dann kann man nicht schlafen man bringt ältere Leute Angst weil es erinnert sie an keine guten Tage und Menschen haben keine Rücksicht auf was sie tun die denken nicht dass es kann jemand beängstigen aber das aller schlimmste ist es ist Geld Verschwendung frisch und jetzt will ich jetzt will ich mich klingen wie ein guter Deutscher wir haben Freunde aus Berlin die sind gekommen hier zu feiern paar Tage in Frankfurt sie haben eine schöne teure und schöne teure mit schönem Fell die beide haben gegangen spazieren und der Hund hat gesehen diese Feuerwehr er hat bekommen er ist geworden als und er ist nervös verängstigt und er ist weh gelaufen weh gelaufen und getretet auf nicht kalte hat man ihn gefunden morgen früh in Bonamès von von Hilton bis Bonamès der arme Hund ganzen Füßen verbrannt Fell verbrannt ich habe nicht ich habe nicht geglaubt dass ich Schlomo Raskin habe ein Mitleid mit einem Hund habe ich nie gedacht in meinem Leben dass sowas wird mir so habe ich nicht gedacht ich habe nicht gewusst dass ich habe diesen Mitgefühl für ein Hund und am nächsten Tag wo sie haben noch geschickt ein Bild von dem Hund traurig traurig ich verstehe nicht warum macht man nicht von so einem Bild Artikel damit sollen die Leute sehen dass dieser Spaß ist nicht so Vorschlag Vorschlag ich sage Vorschlag Vorschlag man kann nicht die Welt die Freude wegnehmen genauso wie es gibt in dieser Welt Wände zu machen Graffiti so wir machen eine haben die